Hallo Hamburg, hier spricht Tom Novy. Jetzt mal ernsthaft, aber klappt es bei euch eigentlich noch? Wie könnt ihr, wie könnt ihr auf diese Drecksparty am Freitag ins East gehen? Entschuldigung mal bitte, Jerry ist einer der beschissensten DJs weltweit und das East, was ist denn das bitte für ein Laden? Klappt es bei euch noch? Wenn sich einer von euch da sehen lässt, gibt es voll auf die Fresse. Hier ist Tom Novy, ich will nicht, dass ihr da hingeht. Bis dann.